dub 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 Jo und Hallo! Herzlich Willkommen! Wir sind hier die, äh... die Fem-Pimms und... du bist, äh... gearscht! Nein! Nein nein! Wir sind die Genie Fem-Pimms! Wir sind besser! Wir sind! Wir auf live und... von uns sind wir besser! weil wir die ganzen Scheiß nicht zu tun haben sondern wir haben Spaß damit und ja! Das ist meine Message. Herzlich Willkommen! Das ist der Dremmelux! Mit seinem Ultraschalen und... ultra geilen Gewehr! Ja, einer, ihr. Und ja, so sieht's aus. So sieht's aus. Ich find gut, dass du sagst, dass wir besser sind als die Fun Pimms. Direkt erst mal ein Statement gesetzt. Ist so, Punkt. Ja, was soll man dann noch lange rumdiskutieren? Ah, ich bin ins Locken gefallen. Achso, okay. Ja, das ist blöd. Das mit der Luke habe ich gesehen, das funktioniert gar nicht mehr so gut. Irgendwie schon, aber irgendwie auch nicht. Wegen der Leiter. Da ist ja eine Leiter drin, ne? Und deswegen ist dieser blöde Feral auch nicht reingefallen. Da ist eine Leiter drin? Ja, du musst ja eine Leiter haben, damit diese, ähm, diese, naja, diese Luke hier, wie nennt sie sich nochmal? Ähm, die Hedge, damit die überhaupt hält. Wenn du die Leiter wegnimmst, dann hält die nicht. Guck mal an. Ja. Das ist doof. Da muss denn ein Leiter ran, damit das hält? Ja, sonst fällt die, sonst fällt die Hedge darunter. Das ist doch scheiße. Ja. Also deswegen sag ich ja auch, wir sind besser als die Fun Pimms. Ja, das ist nicht mal der Beweis ist. Alter, wo soll man denn das alles hernehmen? Ja, obwohl... Immer wenn ich stinke, muss ich an dich denken. Oh, wir brauchen mehr Blei, verdammte Scheiße. Hier, Chat, Twitch, YouTube, wer auch immer gerade zuhört, zusieht. Oh shit, fuck, das sind die Falschen. Ja, wir brauchen vor allen Dingen irgendwie, äh, eine Höhle. Ja, deswegen bin ich ja so hinter einer Höhle her. Damit wir halt... Ja, man... Also ja auch Eisen, wir brauchen auch Eisen und so. Den nächsten Schritt gehen können. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Shotgun-Shells und Shotgun-Slug? Äh, Shotgun-Slug macht einfach mehr Damage. Oh. Ah, okay. Also, ähm, ja. Äh, das siehst du, das pustet dir wirklich auch die Umgebung weg. Ah, das... Au, wow, okay. Okay, also ein Shotgun-Slug, ja, verbraucht drei, äh, von diesen, äh, Hülsen, elf Gun-Puder. Ja. Und fünf Bullet-Hips. Ja, das ist teuer, ne? Ja, alter. Aber die machen ordentlich Schaum. Die machen ordentlich Rabatz in der Hütte. Da machen wir ein paar von. Die bringen deine Freunde wieder auf Linie, sag ich dir. Was, Digi will den nächsten Schritt mit Dre machen? Hat er Kenny geschrieben? War das gerade ein Antrag? Wer will den nächsten Schritt mit Dre machen? Du? Ja, wenn du ne Hülle gefunden hast, dann machen wir den nächsten Schritt. Ich drehe in die Decke mit. Äh, hä? Okay, ich mach einfach mal vier Stück davon, keine Ahnung. Was soll schon passieren? Äh, ich krieg, äh, ich, ich, ich warte eigentlich noch so ein bisschen auf die Antwort von, ähm, von dir. Auf welche Frage nochmal? Äh, ob du die Zäune jetzt mitbringst. Hab ich in die mittlere Kiste gepackt. Ah ja, allzu. Sniper braucht 10 Millimeter, glaub ich, ne? Ja. Oder? Ne, 7,62. 7,62? Achso, du hast recht, ja. Stimmt, 10 Millimeter war MG. 7,62, äh, 7,62 Full Metal Jacket. Ich lebe in einer Welt aus Scheiße. Wieso dauert den Gunpowder so krass lange? Das ist doch Bullshit. Seit wann geht eine Axt kaputt, wenn man sie repariert? Das ist doch, das ist doch nicht wahr. Das ist doch gelogen. Äh, da, 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 da. 50 Zäune, was soll das? Wer hat denn die Scheiße gemacht hier? Und wo ist meine Axt? Wieso habe ich keine Axt? Wieso ist hier ein grüner Boden? Wieso habe ich denn noch nicht? Und was sind das alles für Fragen? Und wer stellt sie? Und vor allem, wer beantwortet sie? Das ist ja die wichtige Frage eigentlich. Eigentlich ja, ne? Da hast du vollkommen recht. So, ich mische jetzt einfach mal, äh, Antibiotika mit Penkillern und freue mich auf die Wirkung. Oha. Heurika! Hier wachsen Pilze aus den Ohren. Das wäre cool. Das wäre voll cool. Voll pilzig vor allem nicht. Aber kann man einfach dann auch Lautsprecher anschließen? Das wäre nämlich gut, wenn ich so Pilze in den Ohren hätte und einfach Kabel dran klemme und die dann in mein Handy stecke, dann brauche ich keine Kopfhörer mehr. Das ist richtig. Gut, siehst du, das wusste ich doch. Wusste ich doch. Dankeschön. Wollten wir nochmal die Bestätigung haben. Okay, ich mache gerade Kabel's Loan und ich bin jetzt bei minus fünf. Minus sechs. Was ist da los, nehmen wir auf? Ja, minus zehn. Kann das meiner begutachten? Mr. Pumpkin, was ist da los? Mr. Pumpkin? Ja, oder? Funpimps, Funpimps. Ach, Funpimps. Ich dachte, welcher Pumpkin? Ich habe Funpimps gesagt, das glaubt mir keiner. Doch, ich glaub dir das. Ich glaub dir das. Ach ja, hier war ja ein Drop. Da laufe ich mal hin. Ach, das Ding reparieren nicht scheiße. Na ja, die Ausmauer sollte schon mal stehen. Das hält dann irgendwie heute so ein paar Zombies dann auf jeden Fall von uns. Meinst du, heute Nacht ist nochmal wieder so ein bisschen stressig? Nö. Hoffentlich nicht, oder? Und den einen oder anderen Zombie möchte ich trotzdem aufgehalten wissen. Ja, das stimmt. Level 34 in Guns Missing. Smizzars. Der WD-Helm Schmidt. Oh, hier fehlt ein bisschen Sand. Ja, Mann, ein bisschen. Hier fehlt es an Sand, meine Damen und Herren. Also, ich meine gar kein Sand, ich meine Erde. Ich sage mal Sand dazu, weil ich bin so erzogen worden. Was ist Sand zu nennen? Echt? Das ist ja ganz schön konservativ. Ja, ich weiß. Oh, es schneit schon wieder. Bei mir auch. Aber das könnte daran liegen, dass ich im Schneebiom unterwegs bin. Oh, ich bin Level 31. Das ist auch gar nicht so möglich, richtig? What? Du hast doch irgendwas an. Wieso? Ach, Glückwunsch. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Ich gönne es dir von allen Herzen, die ich habe. Ich kann jetzt, Camel kann ich jetzt irgendwie erweitern. Und der nächste geht bei 40 los, okay? Und ich kann Survivor. Ja, genau. So, und dann kann ich, äh... Man, wo ist denn diese verdammte Kiste? Das ist doch jetzt schon wieder tiefstes Öziland, wo ich hier unterwegs bin. Du hast keine Özil dafür. Özil? Nee, nicht Özil. Ösi. Österreicher. Wegen Schnee. Was ist denn jetzt gegen Ösi? Ey, Mann. Das finde ich ein bisschen Ausgrenzung ist das jetzt auch, ne? Das ist doch Eingrenzung. Ja, Eingrenzung von der Ausgrenzung. Sagt er. So, was haben wir denn jetzt hier alles? Äh, oh, ich kann jetzt Iron Boots machen. Okay. This man is in der Lage to make Iron Boots. Du kannst gleich die AK-47 machen. Wieso drohst du mir? Ich habe dir nichts getan. Und ich bringe noch einen Antibiotika mit. Und noch endlich noch ein, ja, ein Beaker. Hat sich doch gelohnt, der Drop. Jo. Der Drop ist gelutscht. Wie oft ich das wohl noch sagen muss. Ich habe neulich auch in irgendeiner, ich weiß nicht mehr, wo das war, in irgendeiner Folge, die ich irgendwann mal irgendwo aufgenommen habe, habe ich vor kurzem auch so ein richtig schönes Denglisch gesprochen. Hat mir Spaß gemacht. Ich bin noch gespannt, wie die Reaktion da drauf ist. Okay. Also du erwartest eine Reaktion. Eigentlich schon, weil das war so bescheuert. Vor allem, ich konnte da nicht mehr aufhören. Wann war denn das? Ach, letzte Woche? Ach ja. Ah, mir ist so warm. Mir ist so warm. Und die letzten Tage waren ja auch wieder echt Quälerei, ne? Hitze mäßig. Ja. Ich habe auch dieses Wochenende insgesamt vielleicht sechs Stunden geschlafen. Alter, wie hübsch. Hat keinen Spaß gemacht. Das war ja auch schon so hübsch. Irgendwie mit den Fackeln jetzt auf dem Schnee. Das ist so hübsch. Das ist hübsch. Ja, das sieht echt hübsch aus. Dann komme ich immer rum. Ey, wieso friere ich denn jetzt auf einmal so hart? Nur weil so ein bisschen Schnee liegt, das war doch sonst nicht so. Pussy. Ah, ne, Pussey. 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 Hast du gesehen, ne? Jetzt auch die dritte Staffel war das, glaube ich, von Orange is the New Black. Ja. Da besagen sie Pussey. Hast du die auch geguckt? Das ist doch die schwarze. Pussey, die in Deutschland da war. Weißt du nicht, ist das einfach eine Pussy? Pussey, kann sein. Nein, das ist doch Franzi. Sie sagen dann Pussy zu ihr und dann sagt sie Pussey. Pussey, das ist Französisch. Ach, okay. Pussey. Ja, das ist ich gesehen anscheinend. Hör auf, hier rumzupibbern, das ist ja ekelhaft. Ja, ich habe sie auch gesehen, aber es ist bei mir halt schon ein bisschen länger her. Die neue Staffel? Ja. Die ist doch gerade erst raus seit einem Monat. Ja, ein oder zwei Monate. Ja, die habe ich direkt geguckt. Wie die raus war, das Wochenende, darauf habe ich sie geguckt. Ich finde, Orange is a new black, das macht mir so Spaß. Echt? Ja, ich gucke die echt gerne. Und es wurden ja auch noch zwei weitere, glaube ich, Staffeln confirmed. Confirmed? Ja. Okay. Ja, also ich finde irgendwie cool, dass das irgendwie letztendlich gar nicht mehr so um diese Hauptdarstellerin gibt, sondern die haben, das ist so aufgeteilt, finde ich. Cool. Das habe ich am Anfang so ein bisschen gestört, weil sie auf einmal weg war. Und dann wurden alle anderen erzählt und dann dachte ich erst, was soll der Quatsch? Aber das sind halt auch Charaktere und die sind halt auch interessant. Und ja, deswegen gerne mehr davon. Ja, genau. Außer Chapman. Hast du die dritte denn jetzt durch? Ja. Passiert schon einiges, oder? Ja. Da sind schon ein paar Momente, wo man auch mal gerne mal schlocken kann, finde ich. Allein mit, wie heißt der, Winnie, Winnie, nee. Der Beratungskopter, der Dicke. Ach so. Ja, weiß ich gar nicht, wie der heißt, aber ich weiß, das ist tatsächlich ein bisschen so, ja. Da war so, wie, uff. Das ist doch nicht immer alles nur witzig. Und das finde ich eigentlich so geil, dass die Serie, die fängt eigentlich so an, dass alles so, ist alles komisch und alles witzig und ganz tollpatschig ist sie ja und so. Und dann entwickelt sich das ja in eine Richtung, wo man denkt, uff, okay. Jetzt hör auf, dich zu entwickeln. Hör auf jetzt mal, jetzt bleib doch mal stehen. Oh shit, es ist schon 21 Uhr. Dann fäll ich nur noch einen Baum. Komm ich da noch hin? Nein, wahrscheinlich nicht. Selbst wenn, müsste ich sie ja noch fertig machen. Kacke. Egal. Mal wissen, ob das irgendwie auch geht. Der Herr Jan Mesken ist da und das klang gerade extrem falsch. Mensch, ich weiß nicht, was er damit meint. Aber schön, dass du da bist. Ist Mesken nicht eine Droge? Mesken? Ist das nicht irgendwie das ein Butterersatz? Mesken ist... Ach, deswegen sehe ich immer so komische Farben. Das erklärt er einiges. Wie heißt denn das? Heißt das nicht Mesken? Bei Mesken muss ich echt an eine Droge denken. Okay. Also ich denke irgendwie an diesen Flüssigbutter, die man sich in die Pfanne haut. Oder... Ne, warte mal. Doch, ist das irgendwie so ein... Also da habe ich irgendwie... Ja, Flüssigrama oder sowas. Ja, irgendwie... Morgens Aronal, abends Elmex. Bitte schön. Bitte schön. Und Zitat, da gibt es ab und an was zu schlocken. Ach so. Ja, das klingt tatsächlich ein bisschen falsch. Besonders wenn man bedenkt, dass es ein Frauenknast ist. Naja. Aber irgendwie sind die trotzdem ganz schön dabei. Also es ist jetzt nicht so... Ja, es ist jetzt nicht so... Also bei denen gibt es auch ordentlich was zu schlocken. Hat man das nicht wahr. Gar nicht mal so wenig teilweise. Aber man wird davon halt nicht satt. Aber das löscht den Durst. Also ich habe schon öfter mal überlegt, so... Die meiner... Meine Mom oder meinem Vater zu empfehlen, die Serie. Aber dann kommen mir so Stellen, wo ich denke, vielleicht lieber doch mit. Das ist vielleicht nicht verkehrt, wenn... Das nicht so... Naja. Naja. Aber wie uncool schätzt du denn deine Elterneinkömer? Nein, ich schätze sie nicht uncool. Nein, ich glaube, dass die damit schon klar... mit der Sache an sich schon klarkommen. Bloß mir wäre es irgendwie unangenehm zu wissen, dass meine Eltern wissen, was ich so gucke. Also, dass ich sowas so gucke. Wieso? Das war ja schon irgendwie schlimm, als sie herausgefunden haben, dass mein Bruder Pornos im Internet guckt. Jetzt habe ich es gesagt. Tim, falls du zuguckst... Was tut dein Bruder? Das ist ja... Wahnsinn! Ja. Oh, Alter. Nee, das ist nicht euer Ernst, oder? Oh, scheiße. Was ist denn du schon hier? Ach, ich habe so ein... so ein blödes Ding falsch gesetzt und jetzt habe ich den Salat. Das Ding hat irgendwie so ein... Der hat so viel Power wie so ein Tresor. Schön. Was ist denn eine Nacht lang Zeit? Ja. Das war Biskin, sagt Meskin. Ach, Biskin. Richtig. Das ist jetzt der Buddha-Ersatz? Ich glaube, ja. Das ist irgendwie so ein... Oder so ein Fett oder irgendwie sowas. Und das ist... Und er heißt Beskin? Meskin. Meskin. So eine Mischung zwischen Meskalin und Biskin. Meskalin? Ich glaube, ich meine Meskalin. Ach, du meinst Meskalin? Das Zeug, was ich gerade... Nee, das sage ich jetzt lieber nicht. Ja. Ja, das Zeug, genau. Ich weiß den Namen aber auch nur durch... Jetzt hätte ich Full Metal Jacket schon wieder fast gesagt. Nee, wer heißt denn der Film hier mit Johnny Depp? Äh, Hot Shots. Nee. Das wird immer bekloppt da hier. Li-lo-la-la... Li-la-la-la... Was? Lola rennt? Oder was meinst du jetzt? Oh, viel in Lothingen, Las Vegas. Ich meine, dann nehmen sie Meskalin. Sie nehmen da alles im Grunde. Einzige, was ich nicht nehme, ist Heroin, glaube ich. Ja, aber Meskalin, ist das nicht irgendwie so eine... Sowas wie Methadon? Ich kenne mich auch mit dem Scheiß nicht aus, aber es ist nicht sowas wie Methadon, so eine Ersatzdroge, die noch schlimmer ist als das Original. Kann sein. Das ist ja beim Methadon, das soll ja irgendwie noch viel schädlicher, ungesünder und noch viel abhängig machender sein als Heroin. Das Problem an Heroin ist ja, dass es ja gar nicht so schlimm ist, wenn es rein ist, ne? Allerdings, wenn es rein ist, dann sterben auch viele Leute, weil es meistens gepanscht ist und dann kriegen sie eine Überdosis. Wenn es rein ist, ist es gepanscht? Nein. Nein, nein. Wenn es rein ist, sterben viele Leute, weil es ja meistens gepanscht ist. Achso, dann drücken sie sich zu viel und dann... Genau, ja. Dann gab es mal irgendwie so eine... Da gab es tatsächlich mal so ein... So ein... Das ist ein paar Jahre her. Es sind echt sehr viele gestorben, weil sie halt ihre übliche Dosis genommen haben. Aber das Zeug war halt rein. Das ist halt sehr zu... Reines Zeug auf den Markt gekommen. Und da sind halt sehr viele bei Verreckt dann auch. Also meine Heroin hat heute auch schon wieder ganz komisch geschmeckt. Um den Spruch mal wieder auszupacken. Nehmt keine Drogen. Ja. Genau. Das ist das, was ich auch daraus höre, so. Saufen ist scheiße, kifft lieber. Was für was? Was gibt's noch? Weiß ich nicht. Aber das finde ich tatsächlich gar nicht falsch, ehrlich gesagt. Ich bin tatsächlich mehr für Kiffen als für Alkohol. Ja. Also ich finde irgendwie seltsam, dass Alkohol erlaubt ist. Bei dem, was irgendwie jährlich so, wenn man sich das mal anguckt, bei Alkohol alles passiert. Und, äh, dass halt irgendwie dann, ähm, ja, Gras halt verboten ist. Ich glaube, das einzige Problem ist einfach, dass man Gras selber anbauen kann und der Staat dadurch nichts verdienen kann. Dass es deswegen verboten ist. Alkohol kannst du zwar auch selber brauen, aber das ist irgendwie schwieriger. Das ist einfach politisch bedingt, so. Das ist, ja. Sie sollen erstmal die Killerspiele verbieten. Danach können sie dann irgendwie eine Prohibition aussprechen oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist es tatsächlich, also so ein bisschen. Also in Amerika war das definitiv so, dass man halt irgendwie mit Alkohol halt viel Geld verdienen konnte. Und das wurde mal eine Zeit lang verboten. Und dann ist ja auch dieser Effekt dann passiert, dass dann halt, ähm, in Amerika sich dann auch große Mafia-Strukturen gebildet haben. Weil man halt durch das verbotene Alkohol halt sehr viel Geld verdienen konnte. Und das ist halt mit Heroin und mit, äh, Marihuana auch so. Also würde man jetzt, das, würde man Gras jetzt irgendwie erlauben, da würden auf einmal unheimlich viele Menschen kein Geld mehr verdienen. Unheimlich viele Menschen, die halt jetzt in, in, im illegalen Bereich halt Geld verdienen. Und, äh, ja. Das wird dann ja auch nicht versteuert und so. Und ich kann das einfach nicht ganz nachvollziehen, warum das so ist. Warum, warum kann man Alkohol, wo halt, äh, wo man halt weiß, dass mit, Hilfe von Alkohol, Frauen vergewaltigt werden, Straftaten, brutale Sachen, ähm, ja, gemacht werden. Das, das soll mir mal einer irgendwie zeigen, dass das auch mit Marihuana passiert, so. Ich hab, ehrlich gesagt, noch nie gehört, dass jemand, der irgendwie, der auf Marihuana ist, der Stolt ist, irgendwelche Leute verprügelt. Das hab ich noch nie gehört. Ja, hab ich gestern gehört. Große Kneipenschlägerei, 20 Mann, alle bekifft. Ach nee, warte, gar nicht. Aber ist ja nicht so schlimm. Haben wir eine Counter-Strike gespielt. Ach so. Bekifft. Bekifft, Counter-Strike. Oder unter Alkohol, oh. Boah, das wär, das, das, das würde ich mir direkt mal angucken. Weißt du, so eine, so eine, so eine Zehner-Truppe, so 5 gegen 5, Counter-Strike-Match und alle bekifft. Das wäre die langsamste Counter-Strike-Runde, die ich mir vorstellen könnte. Aber ich hätte Bock drauf. Oh, hallo, Zombies. Lauf. Hallo. Lauf doch. Lauf einfach weiter. Lauf einfach weiter. Also nicht drauf schießen, sagst du? Warte, bis hier alle da sind. Oh, ich bin sensed. Also irgendwie. Kein Alkohol ist auch keine Lösung, sagt Jan. Also, Jan Meskin jetzt. Ja, ich bin einfach dafür, dass man das alles irgendwie schön in Apotheken verkauft. Oh, 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 oh. Ach, ich kann ja Iron-Bloots bauen. Scheiße. Was ist? Ich hab ein Problem. Erzähl. Du hast ein Zombies angekommen. Mehrere. In Kampfnähe. Kann man nicht diese Gitter jetzt durchschießen? Ja. Ohne sie zu zerstören? Wenn du nicht auf die Rohre schießt, ja. Okay. Ach, ich hab auch noch keine Pfeile. Wie viel brauchst du? Ich leg dir... Jetzt brauch ich einen mehr. Ich leg dir in diese Kiste 95 Stück. In die Linke. Ah. Okay, die andere Linke. Richtig blöd. Ich seh hier keine Pfeile. Was, ich hab da doch Pfeile ringenlegt, warte. In der, die du jetzt, wo du grad drin bist, da hab ich grad 95... Sag jetzt nicht, die sind weg. Ich seh hier echt keine Pfeile. Okay, ich geh nochmal raus. Ich auch nicht. Nein, 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 nein. Doch, da oben rechts. Oben rechts in der Ecke. Rechts? Ist da. Oben, da ist ne Pizza. What? In der linken, in der linken Truhe oben rechts. Ich guck mal ganz kurz in den Chat, denn der Bad Boy ist wieder da. Guten Tag, Herr Bad Boy. Alter, Chef, hier ist ne Pizza. Ich will keine Pizza. Ich will die scheiß Dinger. Die ist auch... Was? Jetzt bin ich verwirrt. Warte, pass auf. Ich dropp sie. Ne, ich dropp sie nicht. Das sind 95 Pfeile, Mann. Ich pack sie rechts neben die Pizza. Es ist auch so cool. Aber das ist dann ja die rechte. Ja, jetzt hab ich sie aus der linken Kiste in die rechte Kiste gepackt. Ja, aber das ist doch nicht wahr. Hier ist... Ich hab in beiden. Wieso hab ich denn in beiden Scheißkisten... Ach, warte mal. Ach, der Mann ist einfach nur doof. Hätte man sein eigenes Inventar geguckt. Ey, oh Gott. Nein. Nein, hast du nicht. Hat er nicht, hat er nicht. Wär ja peinlich auch. Das wär richtig peinlich. So, pass auf hier, der Bad Boy ist zurück. Und der Deber ist zurück. Und der König schreit auch was. Und der Nightbot ist auch da. Hallo Deber. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, du siehst ein bisschen mehr als... Aber wir müssen jetzt leider auch Schluss machen. Der Teil ist vorbei. Ach so, okay. Ja, dann, 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 danke, dann, dann, danke, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Nehmt keine Drogen. Außer sie sind von uns. Außer sie sind von uns. Nehmt... Wir machen ja hier Schoko für die Ohren. Schoko für die Ohren. Das ist ein semi-deluxe Zitat. Das muss ich einfach mal droppen. Ähm, genau. Wir sind wie Hustensaft für die Ohren und für den Lachmuskel. Und bis zum nächsten Mal sagen wir vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Und tschüss. Tschüss. Und der Deber ist schon eine Weile da. Er war's undercover unterwegs. Oha. Aber schön, dass du da bist. Schön, dass du geboren bist. Wir hätten dich so sehr vermisst. Oh mein Gott. Zu viele Geburtstagen in letzter Zeit. Muss ich ja nochmal so sagen. So, wie viel habe ich noch? Ich brauche noch ein paar von den Gittern. Die sind sehr sexy. Mensch, Zombie. Da krieg ich echt Höhenangst bei. Nein. Oh, wieso gibt es eigentlich keine Drogen... Äh... Wieso gibt es eigentlich keine Loren, wollte ich sagen. Wieso habe ich jetzt... Weil ich links was gelesen habe. Mehr Drogen für die Welt, sagt der Deber für den Folgennamen. Mehr Drogen für die Welt. Okay. Mehr Andemba. Gleich mal klarstellen, warum es bei dem Kanal geht. Ja stimmt, eigentlich sollte es auch The Verdrogen... The Verdruckte... Keine Ahnung, da fällt mir jetzt nichts ein. Pass mal ein bisschen auf meinen Arsch auf. Ich muss mal kurz irgendwie... Mehr Drogen für die Welt. Das krieg ich hin. Auf den Arsch. Nur ein Mann, dessen Arsch schmal ist, kann diese Treppe besteigen. Irgendwann. Also... So... 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 So...